Oh, guten Morgen und herzlich Willkommen zu Mickis Adventskalender 2020, einem neuen Türchen. Jeden Tag eine Frage und ein Engel, BÄM, soll es in dir machen, auf dem Weg nach Weihnachten, dass du überraschende Momente erleben kannst mit den Fragen und dem Engel aus diesem kleinen Adventskalender. Und heute heißt die Frage, die ich dir mitgebracht habe aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kinde Ballfuß, Fragen können wie Küsse schmecken, welchen Traum, welchen Traum gibt es schon am allerlängsten in deinem Leben? Welchen Traum gibt es schon am allerlängsten in deinem Leben? Der taucht immer wieder auf, du träumst ihn immer wieder, du denkst immer wieder daran. Welchen Traum gibt es schon am allerlängsten in deinem Leben? Und wofür hebst du ihn dir eigentlich auf? Und den Engel, den ich dir dazu wünsche heute, den ich jetzt mit dir mit meiner Engelsbrille betrachte, die mir meine liebe Freundin Ellen Horlebein aus Afrika zugeschickt hat, ist der Engel des Schlafs. Und natürlich, ich wünsche dir den Engel des guten Schlafs, dass er jede Nacht zu dir kommen möge, um deinen Schlaf zu behüten. Er möge auch den Engel des Traums zu dir senden, damit er dir im Traum Weisung schenkt, wie du dein Leben gestalten sollst. Ich wünsche dir, dass der Engel über dich wacht, wenn du schläfst, und dass er sich jeden Tag erholt und mit innerer Zuversicht aufwachen lässt, damit du im Aufstehen spürst, was das Geheimnis des Lebens ist. Ich wünsche dir, dass du heute deine Engelsspur in diese Welt eingraben darfst. Also pack schon mal die Schäufelchen aus. Und ich bin gespannt darauf, wie du aussiehst, wenn wir uns morgen wiedersehen bei einem neuen Türchen aus Mickys Adventskalender 2020.